Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch wünschen wir von den Öko-Megburen. Und wir sagen einmal herzlich danke an alle Mitarbeiter, an alle Geschäftsfreunde, an alle Solarwisten und alle, die uns lieb und gern haben. Und ja, bleibt gesund! Auch meinerseits ganz, ganz herzlichen Dank an unsere Kundschaft, an die schönen Zuschriften, Gespräche, Wortmeldungen. Und ja, es war ein spannendes Jahr. Meine Dankbarkeit auch unserem Team, die fleißig geackert haben auf dem Feld, in der Milchviehherde, bei der Logistik. Ich wünsche allen jetzt frohe Weihnachten, ein paar geruhsame Stunden und freue mich auf das neue Jahr, welches unser Jubiläumsjahr wird. Nächstes Jahr feiern wir zehn Jahre, zehn Jahre Öko-Megburen. Und ja, es wird ein spannendes Jahr für uns, für euch, für alle. Untertitelung des ZDF, 2020